Ja, ich habe mich für deinen Vater entschieden, obwohl ich einen anderen liebte. Denkst du noch manchmal an ihn? Die langen Monsuren nicht. Oh, im Zelt mit Aschanti, der die gejagten Tiere für die Touristen präparierte, während sich draußen das Dröhnen der Arbeitselefanten mit dem Wimmern der Ewig-Hungrigen vermengte. So eine zarte Hand, die mit dem festen Glauben an ein unrufdringliches Kastensystem eine unwiderstehliche Einheit bildet. Ach, Rihanna. Mutter. Niemand kann mir diese Erinnerung nehmen. Außer vielleicht ein Kunstfehler von Dr. Braunschweig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017